Und Opa hat hier ganz allein gelebt? Naja. Auf deinen Großvater und darauf, dass du mitgekommen bist. Ich bin nicht wegen dir mitgekommen. Ich wollte nur das Haus von Opa sehen. Schon klar. Wir könnten noch Zeit in Norwegen verbringen. Und was sollen wir hier machen? Es wird gar nicht dunkel. Es ist schon fast elf. Es ist ja den ganzen Sommer, Sam. In den Winter wird es fast drei Monate nicht hell. My parents are separated. Wir fahren auf der ersten Reise zusammen. Wie geht es? Ich weiß nicht. Es ist verrückt. Du musst raus. Und was denn noch? Ich bin doch nicht ein Dina. Ich bin doch fast fünfzehn Kilometer bis zum nächsten Ort. Und jetzt? Na, was sollen wir laufen? Was möchtest du später mal machen? Wieso? Das hört mich einfach. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Er findet es ganz doll. Er ist total begeistert. Ich finde es führend, dass du mitgekommen bist. Hast du schon gesagt. Und jetzt? Ja. Vielen Dank.